Hallo und willkommen bei diesem Podcast. Mein Name ist Sven Frank und ich habe eine Methode entwickelt, die es noch nicht macht, um schnell und effektiv Niederländisch zu lernen. Das lassen wir beginnen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge dieser Podcast Reihe Speed Learning Niederländisch. Wir machen dich zum echten Niederländer hier in 600 Podcast Folgen. Heute geht es darum, über dich zu sprechen. Und dazu nehmen wir wieder internationales Vokabular. Ich demonstriere die Technik zunächst und anschließend hast du wieder die Möglichkeit, diese Übung selbst für dich und ohne meine Stimme durchzuführen. Lass uns keine Zeit verlieren, wir starten direkt durch. Hallo. Hallo. Hoe geht es mit dir? Mit mir geht es gut und dir? Wie geht es mit dir? Ich bin auch in orde, danke. Vandaag leer je über dich selbst zu sprechen. Herhaal nach mir. Ich bin ein Piloten. Ich bin ein Piloten. Ich bin in der Sport. Ich bin in der Sport. Ich bin in der Auto. Ich bin in der Auto. Ich bin in der Bank. Ich bin in der Bank. Ich bin in der Fabriek. Ich bin in der Fabriek. Ich bin in der Hotel. Ich bin in das Hotel. Ich bin an es bellen. Ich bin an es bellen. Ich bin in der Supermarkt. Ich bin in der Supermarkt. Ich bin in das Restaurant. Ich bin in das Restaurant. Ich bin in das Theater. Ich bin in der Busch. Ich bin in ein Taxi. Ich bin in ein Café. Ich bin auf school. Ich bin in das Zentrum von der Stadt. Ich bin thuis. Ich bin ein Musikant. Ich bin ein Musikant. Ich bin auf das Balkon. Ich bin an ein Tennissen. Ich bin an ein Tennissen. Ich bin bei es voetball. Ich bin bei es voetball. Je hebt es geweldig gedaan. Nu heb je weer 20 nieuwe woorden geleerd. Kijk hoeveel je er kunt onthouden. Dan is het tijd voor een pauze van ongeveer 20 minuten voordat je de video opnieuw bekijkt. U zult bijna zeker in staat zijn om meer of zelfs alle woorden te onthouden. Herhaal deze oefening tot u minstens 15 woorden hebt geleerd. Neem dan een dag pauze en als het nog lukt probeer je het na een week weer. Veel plezier weer en de volgende keer zullen we weer oefenen met het beantwoorden van ja of nee vragen. Fein. Feine dag en tot ziens. Gut, was hat er jetzt noch gesagt? Wieder eine Pause einlegen von 20 minuten. Das Prinzip kennst du schon aus den vorhergehenden Podcast-Folgen. Und schau mal, dass du diese Übung so lange wiederholst, bis du 15 der Begriffe kennst und abrufen kannst. Ich meine, es ist internationales Vokabular. Es ist einfach. Wir haben ja auch eine Liste von 2500 internationalen Vokabeln, die du dir kostenlos herunterladen kannst an der Speed Learning School im Bereich Fremdsprachen. Und da findest du natürlich auch tausende von Wörtern dabei, die du unmittelbar im Niederländischen auch anwenden kannst. Also, lohnt sich wirklich. Prima. Jetzt hast du die Möglichkeit, diese Übung für dich nochmal selbst zu machen in deinem Tempo. Und wenn es dir zu schnell geht, einfach kurz pausieren, die Antwort geben und dann weitersprechen. Aber das Ziel sollte wirklich sein, dass du in dem Tempo, in dem dieser Podcast aufgenommen ist, die Antwort noch geben kannst. Prima. Dann viel Plaisir und tot ziens. Wir hören uns nächste Woche wieder. Oh! Wie geht es mit dir? Ich bin auch in Orde, danke. Vandaag leer je über dir selber te praten. Herhauw nach mir. Ich bin ein Piloten. Ich bin in de Sport. Ich bin in de Auto. Ich bin in der Bank. Ich bin in der Fabriek. Ich bin in ein Hotel Ich bin an es bellen Ich bin in die Supermarkt Ich bin in ein Restaurant Ich bin in ein Theater Ich bin in die Bus Ich bin in ein Taxi Ich bin in ein Café Ich bin auf school Ich bin in ein Zentrum von der Stadt Ich bin thuis Ich bin ein Musikant Ich bin auf ein Balkon Ich bin an es tennissen Ich bin bei es voetbal Ich bin bei es voetbal Ich bin bei es voetbal Ich bin es geweldig getan Nun hast du wieder 20 neue woorden geleerd Kijk hoeveel je er kunt onthouden Dann ist es Zeit für ein Pause von ungefähr 20 Minuten Sobald ihr die Video auf Wiedersehen Ihr sollt bei es sicher in staat sein Um mehr oder selbst alle woorden zu behalten Herhaal diese Oefening Tot du mindestens 15 woorden Hebt geleerd Nehm dann ein Tag Pause Und als es noch lukt Probeer je es nach einer Woche wieder Viel Spaß wieder Und die nächste Mal Zullen wir wieder oefenen Mit dem Antworten von Ja oder Nee Hast du Lust auf ein Intensivtraining 3 bis 10 Tage in Holland Auf dem Boot Niederländisch zu lernen Dann kontaktiere mich jetzt unter info at sven-frank.com